Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal nach St. Andreasberg gefahren und eröffnen die Bikepark Saison für uns hier. Ich bin heute das erste mal mit dem Enduro im Bikepark. Bis jetzt ansonsten immer nur reine Enduro und Trailparks. Gerrit ist heute mit am Start. Er ist zum ersten mal im Bikepark. Schauen wir mal was der Tag für uns bringt. Also wir sehen uns gleich auf den Strecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Von Pedalen abgerutscht. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so ich sitze mal wieder im lüft auf dem weg nach oben und muss sagen macht wieder richtig laune das geht auch sehr gut mit dem enduro ein bisschen weniger wind wäre schön aber ansonsten absolut top also weiter geht's so 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 fast ich bin mit dem hinterrad auf der landung oben gelandet also perfekt abgerollt ne ich bin perfekt so 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 gute Besserung auf dem Wege. Am zweiten Tag lief es schon sehr viel besser. Somit freue ich mich auch demnächst auf neue Bikeparkbesuche. Ich hoffe euch hat mein Video gefallen. Lasst ein Like da, einen Kommentar und gerne auch ein Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das neue Video gibt. Also bis bald. Ciao.